so okay wir wollten wollen nach süden aber in der nähe sind südlich erstmal diese komischen fiecher oder keine kuhle waren es nach ich will jetzt mit dem rang hinkriegen dass wir überall das material haben das wird toll das würde mich echt freuen ich glaube das ist da drüben vor allem der nähe ist eigentlich 20 kilometer entfernt aber ist völlig egal kann ich hier mitnehmen schade das war so guter schratt hello it's me looking for lexington das licht aus bis sie durf und you know what i mean homie ich habe ein da ist er ich gucke nur nicht dass da irgendwelche viecher gleich in der nähe sind bis ins leder wollen wieder abschauen lass mich wissen wenn ich dir irgendwie helfen kann oder du weißt schon etwas korrektur lesen soll ja ja da oben scheinen griff zweifache schade so map terminal verbessert ok stummy lol loll türsteuerung tür öffnen Tür öffnen noch ist gel berger hat sie hat sie sie Warum läufst du mir bitte vor die Flinde, du Kuh? Ist das eigentlich doof? Weder Hirschleder-Outfit, ne. Warum läufst du mir bitte vor die Flinde? Das ist wieder die Logik, Fäser. Typisch Frau, rennen, rennen. Läufst du mir direkt vor die Knarre, die Alte. So, dann gehen wir mal kurz hoch. Nachher, das ist Outnum vielleicht. Denen haben wir es gezeigt. Hä? Ich hör auf jeden Fall das Rad an. So ist nicht. Wird er oben drauf sein, wie es aussieht. Chat nehmen. Das Schloss sieht stabil aus. Verdammt. Ich glaube, du kannst da oben drauf, wie sind die da hingekommen? Und wie kommen wir da hin? Ach, da geht's hoch. Okay. MG-Geschützer, sagen wir ja. Wann haben wir den einen gerade runter geholt, ne? Hö, hö, hö. Dezent. Da ist nix drauf. Doch, nicht? Es ist unten. Verdammt. Verdammt. Hab ich hier verloren. So. MG-Geschütz-Sicherung. Was liegt denn da noch rum für ein Schilder? Das war ein MG-Geschütz. Ja, war ja böse. Von daher musste ich weg. Weil ich glaube, ein Hacken ist immer noch nicht so gut, dass wir das machen hätten können. Okay, gehört zu dir. Gut, gut. Okay, dann können wir eigentlich jetzt da reingehen. Aber wirkungsvoll das Ganze. Ja, ja. Wie sie es mal sagten. Einfache Technik, aber sehr, sehr wirkungsvoll. So, meine Kleine. Gehen wir mal rein. Und Spaß haben. Machen wir ein paar coolen Bommal auf. Öffne Henne. Scheint immer, dass ich wieder scharfwitzig werde, dass wir jetzt noch so traumhaft. Boah, übel. Das würde ich hart abfeiern. Bläh, 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 bläh. Bläh, 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 bläh. Mhm. Licht aus. Hier drin ist es ja hell. Und korre die Nuss, meine Hassis. So. Gut. Nach jedem Schuss von der Nachwahl hat er Pugge. Äh, Pabby, komm mal zurück. I have an idea, aber die ist very hot. Come back, please. So. Auf jeden Fall schon mal einiges einfacher. So, Fusionskern her damit. Dankeschön. Schrank. Amalär. Wir müssen aufpassen, weil... Hier stimmt was nicht. Ich sehe. Ah, okay, das war alle. Fug. Okay, gut. Ich dachte, das wären es nur mehr noch. Gut, Problem erledigt. Sehr schön. Woopsa, wo ist er? Yo, lag. Spiel, hallo? Sehe ich auch so. Ich meine, es ist ein cool Problem erledigt. Ich hätte gedacht, jetzt... Äh, das wird wirklich erledigt. Aber das sehen wir noch hier... Ah, das ist cool. Okay. Klappt das mit euch? Weg. Einfach so. Besser gelaufen als erwartet. Spielzeugauto. Ah, ja. Hier ist nix. Gut, ja. Cool Problem erledigt. Weiß schon, die über die Hälfte lebt noch. What the fuck is going on here? Wir schauen uns auf jeden Fall hier um. So ist es nicht, ne? Hm, was hast du vor? Ach, das schütze ich manchmal auch gern. Glaub mir. So, wir kommen da rein. Da ist ne... Warnetisch... Ja, gut. Einsteiger verbessert. Ja. Sehr weit, ich hab's nur... Achtung, Gennadya. Gar nicht erst so weit gekommen. Hey, da... Bist du ja. Besser gelaufen als erwartet. So, ich nehme ans Knie, Schießer. Was ist aber dran, Denka? Irgendwann hab ich jetzt ja gefarmt. Ich hab mir aufgepasst. Was? Milzhut. Milzhut meint er wahrscheinlich. Die Nen ist gereinigt. Meine Fresse. Wo ist sie uns zählen? Ja, als wir den Registrier-Cast... Wir wollen ja eigentlich, wenn ich in der Aufnahme war, dass du vielleicht ein bisschen Geld noch drin legst. Aber gut. Klo funktioniert auch nix mehr. Haben noch ein paar Sachen. Ich guck mal kurz nach, was wir da gefunden haben. Es könnte irgendeine Waffe oder sowas sein. Daten, Inventar... Kleidung. Haben wir denn irgendwas, was uns... Äh, äh... Besserung bringt. Metallrüstung, rechter Arm. Okay. Macht Minus, Wolldanzug, Gleichbaumgürtelung. Waffen, Automatische Leiserpistole, 18. Zehn, die haben wir gefaft. Das... 78, Schrotze, Dönermesser und das komische Hackenteil. Das wird schon in Seite verschreit. Fleischerhaken, vermutlich fast. Ja, ich hin. Jop, Bein schon mal ab, das ist cool Hm, wo bist du? Könnte ja überall noch sein, wäre das möglich? Weil, da könnte es auch noch hochgehen Irgendwo ist es auf jeden Fall noch, ja, von denen Dann werden wir alle ausrotten, alle Ach, in der Seite wären wir auch reingekommen, okay Das war kein Wohl Ich glaube, wir haben eine neue Grenze des Üblen entdeckt Hm Hm Meinst du? Wir müssen mal gucken, hier könnte ich irgendwo eine Zeitschrift rumlegen, eventuell Das war nicht gut möglich, dich haben wir gelootet Naja, du bist leer, okay Wir gehen nicht jetzt taktisch vor, da war nix Das haben wir Rechtsrehkasse, guck, da ist noch vor, kriegst du da drin Wenn die Tür jetzt aufknacken müssen, würde ich lachen, Alter Da ist nicht nix mehr zum Knacken Wenn die Tür mal dann ein Einsteiger Yeah Und durch Lol Save Plus deaktivieren Protektorensteuerung Ja, Protektorensteuerung So, warte Persönlichkeitsmodus Äh Rechtsvollzug Ich hoffe, dass du jetzt nix falsches So Und Einheit aktivieren Ansonsten haben wir ein Problem, wir sind nicht enttöten Aktivierung Protektoren Zu Diensten Äh, der ist freundlich Sieh, macht nix Rechtsvollzug ist guter Vollzug Oh, Zuckerbomben Cool Was ist das, was ich mitgenommen habe? Süßkuchen Naja, wäre jetzt nicht meins So, wie es so wieder aussieht So viel Süßes ist da nimmer dran Melone Einsteiger Ei, die Gebäude hier sind echt Das wär's Piper hat das gefallen Ui, wenn ich Schlösser knack Ah ja See, see Kleine Pippa Snapper Ach, was ist denn die Leiche? Lol Steck im Karton drin Haha Huch, da ist auch gar was denn hier los Das war noch unser guter Freund Mr. Protektrone Da ist nix drin Das Einkaufskorb kann ich mitnehmen Cool Ich möchte die großen Das war schön Da kommt noch auf den Loot raus Oh, ähm Safe, ne? Haben wir da irgendeine schöne Waffe gefunden gerade? Mh Fiegt's Äh Impro-Pistole Okay Strahltes Döner-Messer Big Jim Ich find scheiße, dass man diese Legendary-Anwaffen dann verarbeiten kann Da ist nix mehr Da ist noch was Zementsack im Tiefkühlfach Okay Das ist auch eine Logik So, Drecksvieh Maledei des Maledei des Das war's dann wohl für dich Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blut Sie? Dankeschön Du auch? Wenn ich am Stuhl nicht hängen bleibe, wird Du bist in deinen Händen eh besser aufgehoben Ja, ich hab da was gefunden Ach, ich kotze Mathematikpistole war's net Verstreitende Fleischerhaken Kleidung Da vielleicht? Nee Auch net Man weiß ja auch net Guck mal, die haben zusammen gekuschelt Nein Nein Palper müssen reden Nee, komm, steh auf Unsere Beziehung ist nicht das, was ich bewahr Ich brauch Schluss Was? Wir hätten doch kein Oh, die Fresse Das ist total irritiert dann Okay Ach so, Bank sitzen Nee, nee, nee Lass mal bitte So, was gibt's hier noch? Registrierkasse, Vorkriegsgeld B-b-b-b Sperren Ach mein Im Glück finden hier so viele Haarklammern Cool So, alles mitgenommen Kochplatte Was macht das? Ich drück immer zu schnell Gut Sieht schön aus Äh, was? Nein, geh weg Mr. Protectron Hallo Boah, ich dachte gerade Ich wollte gerade Kugel verpassen So, da kam er mal her Dann geht's noch da drüben weiter Dann haben wir die Tür aufgeschlossen War das die? Nee, es war die hier Ah, eine Kürbislaterne Geil Nimm ihn mit Ist ja schön Was ist denn der? Das riesige Kaffeeautomat, man Rascht halt aus Schalttisch ist leer Ah, kannst du ein Bild mitnehmen Ventilator Für schlechte Zeiten Ah Safexperte Hä, keine Knacke Das Schloss kriege ich nicht auf Herstellen Labor Heilung Rodeway Plastik Antiseptikum Leuchtpilze Waren's nämlich Simplexum nicht machen Wenn da Blutpaket fehlt Roboter Reparaturbausatz Brauchen wir nicht Granaten Fallen Drogen Injektion Minen Verwertbares Nö Endet man hier drin überhaupt etwas? Gell Ich bin ja auch überrascht Ach, mach doch den Scheiß nicht Ich bin ja auch überrascht Ja doch da wieder was Sie Ah, es zeigt mir, dass wir hier noch nicht waren Finde ich gut Warum kommen die von draußen noch eingeklettert? Was ist mit dem falsch? Romkorken hinzugefügt, okay Sonst ist ja nichts Schade Vollidiot Da haben wir über die Barrikade geklettert Ah, guck mal Da sind noch Zuckerbomben im Klo drin Einemerkrattmädchen Sind bestimmt noch safe gut Trust me Okay, wir haben's dann Ist alles Können gehen Fast So Wobei Ich geh noch in den Keller Okay Why not Ah, nee Da sind wir hergekommen Okay Warte, 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 warte Fusionskern Da waren wir Bäh, bäh Äh, 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 äh Äh, da lang Okay, ich check den Gang langsam Okay, wir haben eine Personalabteilung Employees only Mitarbeiter Dürfen da noch rein Okay Gut, dann können wir aber hier rausgehen Ist da was? Ne, ist nichts mehr drin Gut Aber jetzt kommen wir auf Ei, ei, ei War aber schön Hm Ich möchte mich was merken Aber mein Gehirn könnte ich euch nicht merken Cool Demo ist es eigentlich noch Hinn Wird schwer Das heißt wir auch ein bisschen Okay Okay Äh, äh Süden müssen wir nicht Müssen Richtung Norden eigentlich Oh, was hat man da für eines? Ist der Handybausätze, was das waren? Geil Briefkasten Gefällt mir hier eigentlich Gefällt mir hier eigentlich Ich mach ihn auch mal mit Licht rum Ich bin bestimmt nichts Böses hier unterwegs Fuss, Fuss Wum ich töten möchte Mhm Vor Kriegsgeld 10 Millimeter Patron Öffnen Boom Headshot, Junge 10 Millimeter Schachbrettflasche Spind Katzenmesser Kampf Gedönster Und da geht's hoch Und da geht's runter Ach so Da geht's in ein Parkhaus rein Oh, da der Bildschirm Jupp, ist okay Ich häng hier grad vor Ist okay Ach, die setzt sich nur hin Okay Alles okay, Peppy? Sie So, ich glaub Hier ist auch jeder wach Hier, ne? War sogar ein Irgendwildes rumgeballert Wie alles andere Aber Ja, gut Äh, Portekran Super Irgendwann mit Schlagstark Ich hab wieder mal aufgepasst Ich weiß Aber Ne, das sehe ich auch noch In Ne Sicher Sicher Cool verwandelt Kein Bock drauf Hm Da hinten ist ein Fusionskern Das glaubst du Liegen lauter Leichen rum Das ist die coole Glaubst du, die riechen nett? So Das knallt das Ding immer Ja, gell Find ich auch Blutpaket Fahre Im Splittergranate Aha Da ist nix Hat sich gelohnt Hm, ne? Come on Ralf Öffnen Da geht es jetzt da Oder rauf? Ah, ich kann noch hochgehen Ah, keine Ne Wenn die Leidezeiten immer werden Na gut Das ist halt alles Riesiges Gebiet Ganz ohne Kommt man nicht rum Weiter Hallo Spiel It's me Malio Okay Da ging es runter Hier geht es noch hoch So war es Was hier noch Schrott rumliegt Autos und so weiter Ist echt Kann ich eigentlich knacken Im Kofferraum? Nö Ich glaub Das geht allgemein nicht Gut Wir sind noch Richtung Norden Peppy Ich meine Es war sogar Das Norden Sieht Sieht gut aus Right away to the farm Ma'am Weil hier war man ja gerade Genau Das sind wir hoch Das sind wir rein Das sind wir raus Perfekt Haben uns umgeguckt Gibt es da noch Milch? Geil Drei leere Flaschen Milch Fett Kann ich abgeben Gibt Falt mal Ein Ritsch Nee Das auch nie Aber ein Vogel Ein bisschen Hey Hey Da draußen ist was So Die sind wohl weg Na Ja nicht ganz Da rummert irgendwo was Aber ich kann nicht sagen wo Da ist er Da ist er Da ist er Da ist er Fangen wir den fucking Raketenwerfer man Jetzt komm doch So Hast du das gesehen? C Hab ich See Da kam die Gula auf einmal her Die sind irgendwo am Highground Einer war mal der Zähl in der Rand Seiner geschossen Die wollen hier einfach nur reden Andere sind ein bisschen unter Okay wir gehen rein Hast du sie im Visier? NYPD Oh ich lad nach Hi Au Oh Oh es hängt halt Spiel Verabschiedet In der Welt Ich werde